Ebenfalls neu in Adobe InDesign 2020 ist die Funktion ähnliche Bilder suchen. Ich habe da keine Bilder aus dem Internet genommen, sondern Bilder die ich bei mir in den Schulungen brauche und jetzt kann ich unter bearbeiten gehen und dort sagen ähnliche Bilder suchen und wir werden mal schauen was da passiert. Ich wähle diesen Steinbock an und sage bearbeiten und dann hier auf ähnliche Bilder suchen. Hier und sofort geht die CC Library auf. Es wird gesucht und Sie sehen hier, ja, Gazelle, Hirsch, aber das ist ein Steinbock, das ist eine Gämse. Also da haben wir wieder einen Steinbock und dann ein paar Hirsche, aber eigentlich hat er eine Alternative gefunden. Das Bild ist auch relativ klar. Dann nehmen wir hier diese Ente oder diesen Erpel und machen das gleiche, bearbeiten, ähnliche Bilder suchen. Und auch da findet er recht gute Varianten, zum Beispiel auch ähnliche Enten, die Sie brauchen könnten. Das Ganze müssen Sie natürlich aus der CC Library herunterladen und gegebenenfalls kaufen. Dann nimmt mich Wunder, was er hier macht, mit diesen Babuschkas bearbeiten, ähnliche Bilder suchen. Und das überrascht mich, dass er da wirklich das gefunden hat, das ist sicher das beste Resultat bis jetzt. Und dann haben wir noch diesen Mann mit den Tauben. Da bin ich jetzt eher skeptisch, aber lassen wir uns überraschen, bearbeiten, ähnliche Bilder suchen. Ja, Tauben hat es drauf, aber dann, jo, ein paar Leute drauf. Also das ist sicher nicht so gut. Aber so können Sie natürlich, wenn Sie ein Abo haben oder wenn Sie die Bilder verkaufen können, können Sie sehr gut mit Bildern arbeiten. Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, suchen Sie über Bearbeiten, ähnliche Bilder suchen und Sie haben Alternativen zu Ihren Bildern. Das ist sicher nicht so gut. Vielen Dank.